Das war's für heute. Die Sekunden laufen, das heißt, wer jetzt noch mal diesen Preis gewinnen will, sollte noch mal tief in die Tasche greifen. So, stopp! Wir haben einen Gewinner. Den Gewinner möchten wir hier jetzt mal auf der Bühne sehen. Jawohl! Ah ja, und wenn ich mir ihn so angucke, das könnte sich sogar lohnen. Da kann man oben und unten herumschneiden. Da ist nämlich auch noch ein Darm dabei. So, wir haben den... Ja, das Beste am Norden. Ja, das Beste war's für heute. Ja, das Beste war's für heute. Das Beste war's für heute. Oh, das war's für heute. Vielen Dank.